Tassel Terminals. So we took the stealing from a Ceylonian missionary living there. Juhu. Das ist schon mal ganz gut. Anders von Fleschen. Ne, das nehme ich noch nicht. Das Missionary raised Zulf like a gentleman. He was his own son. Taught him theology, history, and mercy. Das war auch okay. Ich glaube, das ist besser mit den Waffen. Das Problem ist halt nur, dass das beides Nahkampfwaffen sind. Zulf started teaching the missionaries wisdom to any Ura who would listen. And listen, they did. Hallo. Wie siehst du hin, Püßer? Ah. Ah. Was ist das? Ja, ich weiß, ich bin wieder sehr leise. Ja, ich weiß, dass die Stadt viel zu tun hat. Oh, wie geil! Wie lange das auch hält! Es hat gerade etwas gehangen. Ich bin auch liebevoll und gehangen. Genannt. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Wie mega azid das hier ist, ne? Oh geil, Stufe 6! Wie viel fehlt denn jetzt noch? Acht! Wie gesagt, ich darf einfach nicht... Ähm... Und so sparsam mit dem Schwarztunikum sein, weil ich krieg das hier echt nackgeschmissen. Das war schon mal gut. 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 Okay, jetzt hab ich drei Fläschchen. Ich habe nie gesehen. Too bad, ich kann nicht alles vergessen. Das war schon mal gut. Das macht es nicht schon mal gut. Ah! Ach! Ah! Da sind sie noch nicht. Oh fuck, jetzt habe ich alles so ballert. Vier noch. Ich muss dafür empfehle ich erstmal diese Stein-Dinger kaputt kriegen. Es kommt raus, ich gebe mir weiter. Das ist ein Kraschenger. Es ist ein Kraschenger, ich habe sie gesehen. Die Stärke sind noch in die Tiefe von Kerlin. Ist das kaputt? Jetzt ist das regeneriert ein bisschen Alter Oh, oh 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 He found his wife-to-be asleep inside her home. But when he reached out to her, he was assured with all the edges in the sky. Great! Oh no, hey! Zurück zur Bastion. Und das schneide ich jetzt raus, weil jetzt bin ich hier schon drei Parts. Hier am Rumpfdingsen und die Autos draußen nerven mich tierisch. Kann ich hier rein? Nein. So, was nehme ich denn für ne Waffe, ey? Hier die Pistolen, genau. So, wie gesagt, wir sehen uns gegen Ende wieder. So, wie gesagt, wir sehen uns die Autos draußen. So, wie gesagt, wir sehen uns an, wenn ich da rauskomme. Das sieht aus wie gesagt, wir sehen uns an, wenn ich da rauskomme. Das ist schon mal. So, wie gesagt. So, wie gesagt. So, wie gesagt. So, wie gesagt. It's all right. Was ist das jetzt? Ja, sehr schön. Hui, das war, ja, knifflig.